Wer nicht agiert, stirbt. Handeln und Ausprobieren und beim Ausprobieren etwas zu lernen, ist ganz, ganz wichtig. Heutige MOOC-Konzepte sind nichts anderes, bei allem Respekt vor vielen, vielen guten Aktivitäten oder sehr guten Aktivitäten, sind nichts anderes wie der Zeitpunkt, als wir von Radio zu Fernsehen kamen. Das waren zunächst auch nichts anderes wie gefilmte Radiointerviews. Heutige Nachrichten, heutige Filmformate haben nichts mehr mit dem zu tun, was damals einmal war. Wir wären aber zu Herr der Ringe niemals gekommen, wenn wir nicht eine lange Lernkurve gehabt hätten und es einfach auch mal ausprobiert hätten. Also nochmal, ich glaube, Ausprobieren ist, wenn wir über Technologienutzung, Digitalisierung sprechen, das zentrale Kriterium. Ganz klar bietet das, was wir heute unter MOOC-Format, Kurse in MOOC-Format, nichts anderes ist das, das könnte auch ein anderes Format sein, was wir dort anbieten, ist mindestens mal eine deutlich breitere Zugangsmöglichkeit. Also viel mehr Menschen, eine viel größere Vielfalt von Menschen kann teilnehmen, weil wir andere Formate wählen. Das dient dem besten Lernen ganz sicher. Vielfalt bereichert unsere Kreativität und viele Dimensionen unserer Intelligenz. Was es noch nicht notwendigerweise tut, ist uns auf die höchste Stufe des Lernerfolges zu heben, der eigenen Kreation. Wir sind in der Lage zu erinnern, zu wiederholen, zu analysieren oder anzuwenden, aber wir sind nicht notwendigerweise in der Lage, schon gar nicht durch MOOC, in der durchschnittlichen MOOC-Qualität, in der Lage zu kreieren. Technik kann dabei helfen, indem wir deutlich besser verstehen, was welches Individuum tatsächlich tut, wie erschließt sich Hans oder Petra einen bestimmten Inhalt, was davon ist relevant, wie lange wird gelernt, in welcher Vorgehensweise. Technologie kann die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten sehr viel besser unterstützen. Da sind wir aber in heutigen MOOC-Formaten noch weit weg. Und das würde ich mir zum Beispiel sehr wünschen, dass uns in Deutschland das gelingt, dass wir sozusagen einen Rahmen dafür schaffen, das sehr gut probiert und entwickelt werden kann und wir nicht stecken bleiben in nachvollziehbaren Haushaltsfragen, bildungsrechtlichen Fragen, die es alle zu Recht gibt. Ich würde mir nur sehr wünschen, dass wir die Stärke sehen, die wir in Deutschland haben und dafür einen Rahmen schaffen, dass jetzt die Universitäten auch operieren können. Erstmal sehen wir unter der Überschrift Digitalisierung etwas im Bildungssegment oder Sektor, etwas, was wir in anderen Industrien schon lange erkennen können und auch spüren. In der Telekommunikation war reguliert der Anschluss, der Mittelpunkt aller Tätigkeiten, aller Investitionen. Wie viele Menschen mit diesem Anschluss was genau getan haben, spielte keine Rolle. Es gab auch technologisch keine andere Möglichkeit. In der Energieversorgung ist sozusagen der Anschluss auch das zentrale Kriterium, nicht letztlich der Endverbraucher. Und ich könnte jetzt die Verlagsindustrie noch hinzufügen, wo der abstrakte Inhalt, ein Buch, eine Zeitschrift im Mittelpunkt stand, aber nicht der, die Leserinnen. Welche individuellen Bedürfnisse sind denn da? Der Artikel ist, wie er ist, ob Sie die Hälfte davon schon kennen oder nicht, berücksichtigt dieser Artikel nicht. In welchem Kontext dieser Artikel für Sie steht, berücksichtigt er nicht. Wir sehen also jetzt im Bildungssegment etwas, dass nämlich der Lernende und Lehrende durch die Digitalisierung in ein unglaubliches Scheinwerferlicht gerückt wird oder gerückt werden kann. Der Umbruch, der jetzt im Bildungsmarkt weltweit oder den Bildungsbereichen, nennen wir es nicht Markt, sondern einfach eine Aufgabe, bevorsteht, ist genauso wie die Energieversorgung, die Telekommunikation, die Verlagsindustrie. Ich glaube, auch die Medizin könnte man als solchen sehen. Dieser große Kontext muss gesehen und verstanden werden, um zu sehen, welcher Unterschied besteht zwischen effektivem Lernen und Lehren, Technologie gestützt und Digitalisieren von Inhalt. Kärante 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 Kärante